Hallo und herzlich willkommen zu diesen fünf Piano Roll Quick Tips in Bitwig. Ja, legen wir doch einfach mal los. So, und zu den Piano Roll Quick Tips, kennt ihr ja alle, wenn man so einen Clip hat und Doppelklick drauf macht, dann kommt man in den Piano Roll Editor rein. Es gibt natürlich auch noch mal eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt D drücke oder hier unten drauf und dann Shift-Tab drücke, dann öffnet sich die Piano Roll hier oben. Das, denke ich mal, ist bekannt. Drücke ich wieder Shift-Tab, bin ich wieder in dieser Ansicht und mit E komme ich wieder in die Piano Roll hier unten rein. Das waren aber noch nicht die Tipps, sondern es gibt ja die Möglichkeit oder es kann ja auch mal sein, dass man eine Note hier so ein bisschen dazwischen gelegt hat oder legen möchte. Und da gibt es hier unten rechts diese Option Snap to Grid. Und wenn die quasi orange leuchtet, an ist, dann orientiert sich die Note, wenn man die durch die Gegend schiebt und das Grid ist in einer normalen Auflösung mit Sechzehnteln, sieht man hier, wie das hier so hin und her flippt oder immer so rein snappt auf die nächste Sechzehntel Note. Möchte man das nicht, kann man die Shift-Taste gedrückt halten und mit der Maus das einfach schön hin und her schieben, ohne dass man jetzt in die nächste Sechzehntel reingezwungen wird oder je nachdem wie das Sechzehntel da an ist. Und das kann man eben mit Shift und Maus machen und dann kommt man ausnahmsweise aus dieser Snap to Grid Geschichte raus oder man drückt die Taste S wie Siegfried und dann hat man das standardmäßig, dann wird man nicht mehr hier in das Grid reingezogen und kann hier wunderbar die Note hin und her schieben. Mit S, das sieht man auch hier unten schön, schalte ich das an und aus. Das heißt, wenn irgendwann mal alles so nahtlos geht und ihr wollt das gar nicht, einfach hier unten gucken oder S drücken und dann geht alles wieder wie gewohnt nach Snap to Grid. Das nächste ist mit dem so ein bisschen einhergehend, wenn ich jetzt meine Noten hier so alle nicht ganz auf dem Grid irgendwie habe, mit STRG A alles auswähle, kann ich zum Beispiel Q drücken und Q quantisiert mir das nach der Standardeinstellung. Ich nehme mal STRG Z, führt zurück. Ich habe jetzt alles hier ausgewählt und drücke Alt Q und mit Alt Q bekomme ich das Quantisieren-Fenster und hier ist die Standardeinstellung Sechzehntel. Und kleiner Exkurs in die ganze Quantisierung. Wenn ich jetzt hier so eine Note habe bei den Sechzehnteln und Sechzehntel ist quasi der Bereich hier, das ist die Sechzehntel, dann ist diese Note hier, das hier mal machen, mehr hier in dem nächsten Grid, an dem nächsten Sechzehntel, als in dem vorherigen Sechzehntel. Das heißt, wenn ich die jetzt eigentlich nach vorne schieben möchte, meine Sechzehntel und nicht nach hinten, muss ich eine andere Quantisierungsauflösung, eventuell eine kleinere oder eine größere nehmen. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel sagen, ich nehme hier Achtel und dann habe ich ja hier eine, wenn ich das hier einstelle, Achtel, dann habe ich das Ganze, vielleicht nochmal zurück hier, dann habe ich ja die Achtel, ist jetzt quasi dieser Teilbereich und da ist diese Note eher jetzt auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Deshalb funktioniert das dann mit der nächsthöheren Stufe wesentlich einfacher. Das ist nur so ein kleiner Exkurs in die Quantisierung. Also mit A quantisiere ich einfach, nee, nicht mit A, mit Q quantisiere ich einfach, Steuerung Z nochmal zurück, mit Alt-Q rufe ich das Quantisierungsfenster auf und kann einfach diese Standardeinstellung hier ändern. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass ich das über den Editor hier mache oder eben über das Grid, über den Rastermodus hier und kann mir hier eigene Quantisierungseinstellungen einstellen, hier gerade Normdriolen, Quintolen, Septolen und so weiter. Alles, was das Herz begehrt. So, und dann wären wir auch schon bei der nächsten Sache, was ich jetzt gerade hier auch gemacht habe. Ich kann hier die Rasterauflösung, die Gridauflösung kann ich hier verändern, indem, dass ich hier unten draufklicke, dann geht dieses Fenster hier auf und ich kann hier unterschiedliche Auflösungen einstellen. Da sieht man hier auch nochmal schön, wie sich das verändert, allerdings einen kleinen Schönheitsfehler, finde ich immer. Das geht bis zu einer gewissen Tiefe, 16. 32., 64. und ab 128. ist das rückläufig. Finde ich unschön. Finde, wenn es nicht weitergeht, sollte es wenigstens bei der letzten Auflösung bleiben. Das macht für mich ein bisschen mehr Sinn, weil das suggeriert, ich bin in einer höheren Auflösung, was ich sehr, sehr unschön finde. Aber egal. So, und das Ganze kann ich jetzt nochmal abändern oder beziehungsweise über Tastenkombinationen machen und nicht erst hier draufklicken, dann hier nochmal draufklicken oder adaptive Taktauflösung. Das heißt, je nach Zoom-Stufe wird dann die Auflösung geändert. Wenn ich das hier nehme, zum Beispiel sieht man das hier unten rechts schön in der Ecke. Jetzt zoome ich wieder raus, werden auch die Zahlen wieder kleiner beziehungsweise die Noten länger. Das Ganze kann ich jetzt mit der Tastatur machen und zwar über der Leertaste rechts gibt es ja die Taste Komma, Punkt und Minus. Danach kommt die rechte Shift-Taste. So, und Komma ist, Kommazahlen sind kleinere Auflösungen. Wenn ich jetzt Komma drücke, sieht man unten rechts hier schön, kann ich das anlassen, damit man das sieht, wie die Zahlen immer größer werden. Also sprich, die Noten immer kleiner, beziehungsweise in die andere Richtung. Jetzt habe ich vier ganze Noten, acht ganze Noten, 16 und so weiter, 120 ganz Noten, also eine Note, die 120 Takte lang ist, beziehungsweise halbe Noten, Viertel Noten, Achtel, Sechzehntel, 32 und wieder rückwärts. Das kann ich alles mit Komma und Punkt machen. Und mit der Minus-Taste schalte ich wieder auf das adaptive Grid um. So, sieht man das hier? Ne, leider nicht, wenn es auf ist und ich die Minus-Taste drücke, nochmal Minus-Taste drücke, ist das hier wieder an. So, und das kann ich mit den normalen Noten machen. Und jetzt kann ich zum Beispiel, habe ich ja noch zum Beispiel diese Straight, also die normalen Noten, Triolen, Quintolen und Septolen. Diese Auswahl habe ich hier noch. Und dann sehe ich auch hier unten, Straight ist ein Sechzehntel zum Beispiel, Triole ist ein Sechzehntel, 3T. Quintole, 5T, Septole, 7T. Und das Ganze kann ich jetzt auch nochmal mit der Tastatur machen, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte. Und in dem Fall ist völlig egal, ob ich jetzt Komma oder Punkt drücke. Das zirkelt einfach hier so durch. Ich drücke jetzt gerade Punkt, da kommt erst 3T, 5T, 7T. Also Triole, Quintole, Septole oder die andere Richtung, Septole, Quintole, Triole und wieder zurück. Das sind die Tastenkombinationen, also Komma, Punkt und Minus. Und mit Alt schalte ich dann nochmal diese bestimmten Triole, Quintole, Septole dann einfach durch. So, und dann gibt es noch eine schöne Geschichte. Und zwar kann es nervig sein, wenn ich jetzt gerade hier so eine lange Note gemacht habe, will jetzt aber wieder kurze Noten machen und ich dann quasi neu reinklicke, dann kriege ich wieder erstmal eine lange Note. Das ist schön, wenn ich lange Noten machen will, dass sich immer die letzte Note merkt. Aber ich will unter Umständen ja eine kürzere Note machen. Eine Alternative wäre, ich schalte um mit der 3-Taste und male die Note ein, aber dann muss ich die lange Note ja auch wieder kürzer machen. So, also machen wir nochmal die Note hier lang. Also ich habe hier eine lange Note eingemalt. Machen wir die mal weg. Machen wir die mal weg. Und möchte jetzt aber eigentlich hier zum Beispiel eine Sechzehntel reinmalen. Aber ich male jetzt erstmal eine lange Note, also die, die ich vorher eingemalt habe. Machen wir sie einfach so, dann haben wir sie im direkten Vergleich. So, die Note ist ausgewählt. Und damit ich jetzt quasi eine Sechzehntel hier gleich draus machen kann, könnte ich die jetzt hier einfach kürzer machen. Oder ich drücke einfach die Tastenkombination STRG-ALT-L für Länge. Und dann wird die Note entsprechend dem Raster, dem Grid-Raster angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt mit Punkt das Raster jetzt auf eine ganze Note mache und STRG-ALT-L drücke, dann habe ich hier eine ganze Note. Oder ich gehe wieder zurück auf eine Viertelnote, STRG-ALT-L, dann habe ich hier eine Viertelnote. Das ist super praktisch. Das skaliert nämlich auch, wenn ich jetzt eine Note hier anfange. So, im zweiten Achtel. Und sage, ich möchte die Note jetzt aber ein Viertel lang haben, STRG-ALT-L. Oder eine halbe Note lang. Dann wird diese Note eine halbe Note lang ab dieser Position gemacht. Oder ich will sie einfach auf ein Sechzehntel haben in dieser Position STRG-ALT-L. Dann wird die halt klein gemacht auf die Sechzehntel. Finde ich mega praktisch und hat mir auch mittlerweile, gerade wenn man ganz viele Noten markiert, hat jetzt zum Beispiel hier unterschiedliche Notenlängen. Zack. So was. So was. Und hier so eine lange Note und möchte ich aus irgendeinem Grunde jetzt als Sechzehntel haben, STRG-ALT-L, dann sind alles Sechzehntel. So. Und das nächste ist dann auch nochmal das Umschalten. Und zwar hat man normalerweise beim Drum Editor, hat man hier nicht diese Ansicht, sondern hier diese Ansicht. Und diese Ansicht ist mit F, also wie Friedrich, umschaltbar. Leider ist das in der deutschen Übersetzung alles so ein bisschen komisch. Wenn ich hier F eingebe, für den Shortcut steht hier Noteneditor zwischen allen oder nur verwendeten Notenspuren, wahrscheinlich umschalten. Ja, genau, umschalten. Das finde ich nie. Also wenn ich jetzt hier Drum Editor eingebe, wonach ich suchen würde, findet er jetzt was, aber das ist was anderes. Das Zerschneiden als Drum Machine Speichern, das ist ja nicht das, was ich will. Das heißt, ich finde da gar nichts. Im Englischen steht da meines Erachtens noch Drum Editor. Aber in der deutschen Übersetzung ist das, ja, auf die Übersetzung hier, da sollte man vielleicht eher nach Tags gehen, anstatt direkt über die Übersetzungshilfe zu gehen, damit man die Sachen auch findet und vielleicht auch die Übersetzung entsprechend anpassen. Das verwirrt sonst zu sehr. Das heißt, mit der Taste F schalte ich das hier nun her und bin dann relativ schnell, wenn ich jetzt hier rein wechsle und bin aus Versehen in der falschen Ansicht, dass ich mit F dann wieder in der richtigen Ansicht bin. So, das war es an der Stelle schon. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also es gibt hier dieses Snap to Grid. Mit S schalte ich das um. S wie Siegfried. Dann gibt es die Quantisierung, die ich mit Q aufrufe und mit Alt-Q das Quantisieren-Konfigurationsmenü. Dann die Grid-Auflösung oder die Raster-Auflösung ändern mit Komma, Punkt und Minus. Komma kleiner, Punkt größer und Minus auf die Zoom-Stufe anpassen. Dann mit STRG-Alt gehe ich auf die entsprechende, STRG-Alt-L auf die entsprechende Zoom-Stufe, Entschuldigung, nicht Zoom-Stufe, sondern Raster, Grid-Raster-Auflösung. Wenn ich jetzt hier auf Viertel gehe und STRG-Alt-L, werden die ausgewählten Noten auf die entsprechende Raster-Auflösung vergrößern und verkleinert. Und bei F schalte ich zwischen der Piano-Roll und dem Drum-Editor. Ich habe leider keine Eselsbrücke für das F. Wir umschalten vielleicht. Schalte ich hier dann einfach um. So, das war es an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Es hat euch an vielleicht den ein oder anderen Sache erinnert, die ihr noch im Hinterkopf hattet, aber jetzt auch nicht mehr so ganz so präsent. Und ich hoffe, ich sehe euch bei einem der nächsten Videos wieder. Ich würde mir wünschen, dass ihr die Videos teilt und am besten kommentiert. Abo und Daumen hoch kennt ihr ja alles. Wenn ihr mich mögen würdet, würdet ihr das tun. Und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.